Vampire's Dawn! Okay, Spaß beiseite, ich bin Donnef20blöd, äh, 204, ähm, und wir spielen Vampire's Dawn diesen Samstag um 21 Uhr. Tragt euch das Rot in den Kalender, Rot wie Blut, diesen Samstag, den 6. Februar 2021, nicht, dass ihr im falschen Jahr ankommt, und 2021, 6. Februar, um 21 Uhr, hier auf meinem YouTube-Kanal, hier, genau hier, auf meinem YouTube-Kanal, okay? Gut, seid da, es gibt auch noch eine Challenge, also, es wird eine coole Challenge noch im Stream geben, und es wird spannend, ob wir diese Challenge schaffen, aber dazu kommen wir später, jetzt erstmal zu Vampire's Dawn. Ihr könnt das Ganze komplett gratis runterladen und mit mir zusammen quasi spielen, also nicht Multiplayer, sondern halt jeder für sich. Aber wir können das gemeinsam erleben, das Spiel, wird mega cool, denke ich mal, und, ja, ihr ladet es einfach runter, ähm, ihr klickt hier auf Downloads, und dann hier auf, ähm, Downloads zu Vampire's Dawn, und nicht Downloads zu Vampire's Dawn 2, ja, es gibt noch einen zweiten Teil, und es gibt sogar bald einen dritten Teil. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt anfangen, Vampire's Dawn zu spielen, weil bald der dritte Teil rauskommt, und wir wollen doch Vampire's Dawn 1 bis dahin mal gespielt haben, das wäre doch cool, ähm, im besten Fall Vampire's Dawn 2, aber ich glaube, das schaffen wir nicht, aber es ist nicht schlimm, Hauptsache wir schaffen Vampire's Dawn 1 noch vorher. Das müssen wir schaffen, das schaffen wir vielleicht auch. Okay, ähm, Downloads Vampire's Dawn 1, und dann hier für Windows oder für Mac OS könnt ihr das Ganze runterladen, je nachdem, was ihr für ein Betriebssystem habt. Dann gibt es noch die Special Edition, nicht Star Wars, sondern Vampire's Dawn 1 Special Edition, mit neuem Kampfsystem, viele Bugs korrigiert, ähm, Fähnchen markieren bereits gefundene geheime Orte, ähm, Questbelohnung angepasst, Beschwörungszauber, äh, halten nun doppelt so lange, etc. pp. Viele Änderungen, Gegner laufen auf der Map rum, hier, da ist das, da ist so ein Skelett, voll cool, ähm, nein, möchte ich nicht übersetzen, ähm, Gegner laufen auf der Map rum, keine, ähm, Random Encounter mehr, ups, jetzt habe ich das auch so sehr geschlossen, egal, Link in der Videobeschreibung, da könnt ihr das auf jeden Fall runterladen, oder wartet, ich zeige euch das nochmal, ähm, Vampire's Dawn Special Edition, ähm, da könnt ihr das runterladen, hier über diesen Link, hier Download, da klickt ihr einmal drauf, dann klickt ihr hier oben auf Herunterladen, und dann sieht das Ganze so aus, Special Edition Punkt Ra, und hier ist die Setup für Vampire's Dawn 1, die ihr runtergeladen habt, die führt ihr aus, installiert das Ganze, deutsch, ähm, weiter, äh, hier gebt ihr irgendeinen Pfad an, weiter, hier installiert ihr den Easy RPG Player x64, weiter, wir brechen an der Stelle ab, so, dann habt ihr das Ganze installiert, das sieht dann ungefähr so aus, das Ganze, kann man dann auch schon starten, über den Player, am besten, ist das nicht herrlich, ist das nicht herrlich, Leute, ah, das wird so toll, Ende, und, dann gibt es natürlich noch die Special Edition, Punkt Ra, die könnt ihr entpacken, entweder mit, äh, Seven Sip, oder mit Winra, einfach entpacken nach Special Edition, oder hier entpacken, je nachdem, was ihr bevorzugt, dann habt ihr hier, ähm, ganz viele Dateien, ups, ganz viele Dateien, und, die nehmt ihr einfach, zack, kopiert die rüber, und, dann, ähm, Dateien ersetzen, bitte, und, dann könnt ihr das Ganze, in der Special Edition spielen, yay, Special Edition, Special Edition, oh yeah, baby, gut, dann könnt ihr das Ganze in der Special Edition spielen, wenn ihr wollt, ihr könnt natürlich auch die originale Version spielen, ohne die Special Edition, aber, wir spielen im Stream auf jeden Fall die Special Edition, oh yeah, baby, okay, gut, jetzt zu der Challenge, ich hoffe, ihr seid noch dran geblieben, es wird eine Challenge geben, oh, das wird eine ziemlich schwierige Challenge für euch, ihr habt die letzte Challenge eigentlich ganz gut gemeistert, da solltet ihr dafür sorgen, dass der RPG Community Channel vom Forum, der Twitch Channel, von 39 Follower auf 50 Follower hochgeht, ihr habt sogar noch 3 Follower draufgesetzt, auf 53 Follower, top, mega geil, ich bin sehr zufrieden, danke dafür, und dafür zum Dank habt ihr dann auch die 2 Tutorials bekommen, habt ihr euch verdient, sonst werden die erst nächste Woche gekommen, weil ich diese Woche eigentlich nicht so den Elan hatte, und auch noch nichts vorbereitet hatte, dementsprechend im Grunde bei 0 anfangen musste, mit den Tutorials, aber kein Ding, ihr habt die Challenge bestanden, und dann bekommt ihr auch eure Belohnung, so einfach ist das, und das gibt es dieses Mal auch, coole Belohnung, sollte auch so sein, ganz einfach, ich streame am Samstag um 21 Uhr, am Sonntag um 15 Uhr, und am Sonntag um 21 Uhr, also am 6. und am 7. am 6. um 21 Uhr, am 7. um 15 Uhr, und um 21 Uhr werde ich streamen, das sind 3 Streams, Vampires Dawn pur, und wenn innerhalb dieser 3 Streams, egal welcher dieser 3 Streams, wir die 40 Zuschauermarke knacken, haben wir schon mal gemacht, letztes Jahr, ich glaube vielleicht sogar 2 Mal, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, könnte sogar 2 Mal gewesen sein, dass wir 2 Mal über 40 Zuschauer gewesen sind, auf jeden Fall hatten wir, ähm, schon mal, einmal mindestens über 40 Zuschauer, und wir wollen jetzt, 40 Zuschauer erreichen, bei Vampires Dawn, einen der 3 Streams, egal welcher, einen der 3 Streams, 40 Zuschauer, dann bekommt ihr 4 Tutorials nächste Woche, 4 Tutorials in einer Woche, was wird dabei sein, auf jeden Fall wieder JavaScript, vielleicht auch wieder ein Plugin, was ich zusammenfriebele, vielleicht auch, ähm, noch ein paar allgemeine Tutorials, da haben wir auch noch sehr viel offen, und, ja, mal schauen, auf jeden Fall, RPG Maker, MZ und MV, Tutorials, auf jeden Fall, wie gesagt, Plugin, ja, höchstwahrscheinlich, habe ich auch noch ein bisschen was auf meiner Liste, und, auf jeden Fall, werden wir uns noch, mit JavaScript beschäftigen, und, wie gesagt, ein paar allgemeine Tutorials, habe ich auch noch auf der Liste, 4 Tutorials würdet ihr bekommen, ich habe nichts vorbereitet, das wäre dann auch eine Challenge für mich, 4 Tutorials in einer Woche fertig machen, ähm, aber es gibt auch Stretch Goals, Stretch Goals sind immer gut, wenn wir es schaffen, 50 gleichzeitige Zuschauer, es geht immer um gleichzeitige Zuschauer, 50 gleichzeitige Zuschauer, bekommt ihr 5 Tutorials, das sind 10 Zuschauer mehr, für ein Tutorial, das ist machbar, auf jeden Fall, für euch, 60 Zuschauer gleichzeitig, wie gesagt, 60 gleichzeitige Zuschauer, bringt 6 Tutorials, in einer Woche, nächste Woche, 6 Tutorials, das wäre die Challenge, für mich dann, 70 Zuschauer, das ist die Obergrenze, für die Stretch Goals, 70 Zuschauer, dann bekommt ihr 7 Tutorials, in 7 Tagen, 7 Tage, jeden Tag, ein Tutorial, nächste Woche, das wird sehr anstrengend, für mich, aber es wird auch anstrengend, für euch, die 70 Zuschauer zu kriegen, und ich glaube nicht, dass ihr das schafft, beweist mir das Gegenteil, ich glaube es nicht, ich glaube nicht, dass ihr das schafft, aber ihr könnt ja gerne, eure Freunde, eure Verwandten, alle überreden, einfach gleichzeitig, in meinen Stream zu gehen, ihr könnt auch selber, zweimal in meinen Stream reingehen, mit verschiedenen Accounts, oder keine Ahnung, wie ihr das macht, ist mir auch egal, ihr könnt auch mit dem Smartphone, und mit eurem Computer, gleichzeitig reingehen, in den Stream, es ist egal, Hauptsache der Counter, der Stream Counter, geht, über die, ähm, 40, dann bekommt ihr 4 Tutorials, über die 50, dann bekommt ihr 5 Tutorials, über die 60, dann bekommt ihr 6 Tutorials, über die 70, dann bekommt ihr 7 Tutorials, 7 verdammte Axt, aber das wird nicht passieren, das glaube ich nicht, also, beweist mir das Gegenteil, ich glaube nicht dran, wir spielen auf jeden Fall Vampire's Dawn, seid dabei, ähm, die Challenge steht, maximal 7 Tutorials, in der nächsten Woche, das wird enorm heftig, wir haben, zum Beispiel, 90 Aufrufe, hier bei dem, JavaScript Tutorial, also die Zuschauer sind da, ich habe auf jeden Fall, ähm, genug Zuschauer, oder hier, zum Beispiel der Stream, der hat über, 100 Aufrufe, die waren nicht alle gleichzeitig, on Stream, aber sie klickten mal kurz rein, und haben sich das, den Stream vielleicht mal, 10 Minuten oder so, gegeben, was, wenn diese über 100 Leute, einfach mal, gleichzeitig, im Stream sind, dann habt ihr die 70 geknackt, theoretisch, machbar, theoretisch, ist das wirklich machbar, praktisch, mh, glaube ich nicht dran, ihr schafft es nicht, ich, 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 wette gegen euch, ich wette hier gegen euch, an der Stelle, ich möchte nämlich keine 7 Tutorials machen, aber, wenn ihr mich zwingt, zwingt ihr mich, okay, Spaß beiseite, ähm, Challenge steht, und ich werde es durchziehen, 7 Tutorials in 7 Tagen, beziehungsweise 4 Tutorials, und wenn die 40 nicht, zustande kommen, wir nur 30, 20, 10 Zuschauer, 5 Zuschauer, oder nur 1 Zuschauer sind, spielt keine Rolle, werde ich auf jeden Fall, mindestens ein Tutorial machen, kann auch sein, dass ich 2 mache, aber mindestens ein Tutorial, wird dann kommen nächste Woche, also so oder so, kommt ein Tutorial, aber dann werde ich mich selber, nicht so sehr unter Druck setzen, ähm, dann mache ich das ganz entspannt, 1 oder 2 Tutorials, so wie eigentlich, dann auch, letztes Jahr, zu meiner Hochzeit, da habe ich auch immer so, 1, 2 Tutorials im Jahr, äh, im Jahr, in der Woche gemacht, gut, Tschüsseli, bis Samstag, seid bitte da, bis zum nächsten Mal, 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 bis zum nächsten Mal,